Wollen Sie auch einen? Es ist Viertel nach acht morgens. Das ist 18 Jahre alt, das Gott. Sie wollen befördert werden? Tun Sie was dafür? Habe ich euch erzählt, dass Haken mich gezwungen hat, heute Morgen um acht Alkohol zu trinken? Wenigstens belästigt dich, dein Boss, nicht sexuell. Mal sehen, ob das denn funktioniert. Oh, da kann man ja unseren kleinen Freund auch können. Aufhören! Uh, Schabbat, Schalom, da ist ja jemand beschnitten. Ich finde, dein Boss klingt gar nicht so übel. Wir müssen das Fett absägen. Was meinen Sie mit Fett absägen? Sie müssen die Fetten rauswerfen. Fangen Sie mit Quarkarsch, Marge, an. Marge, kommen Sie mal bitte. Was? Ich dachte, er wollte dich befördern. Ja, das tut er auch. Ich habe jetzt entschieden, wen ich als unseren neuen Vize-Chef im Verkauf haben will. Mich. Was hat er gesagt? Nick, bitte, wir sind mitten im Miete. Verzahn. Schon gut, ich schreibe das Ihrem Alkoholproblem zu. Ihr müsst schon zugeben, dass es leichter wäre, wenn unsere Bosse nicht mehr im Leben wären. Du könntest Professor Xavier feuern. Sie meinen Hack. Ich finde es abartig, wie er den ganzen Tag durch die Gegend rollt in seinem Spezial-Agenten-Stuhl. Egal, wie mies unsere Bosse sind, wir sind keine Mörder. Das kleine Mäuschen auf dem Stuhl da? Meine Verlobte. Darf einen Blick in mein kleines Fotoalbum werfen? Was haben Sie gemacht, als ich unter Narkose stand? Das mag ich am liebsten. Ich bin dabei. Erledigen wir das Miststück. Wir müssen einen Profi engagieren. Gibt es hier jemanden, der für Geld Menschen umbringt? Ich bin euer Mordberater. Cool. Wenn man den perfekten Mord begehnt will, muss es wie ein Unfall aussehen. Man braucht Köpfchen. Das ist wie viel wert? 15 draußen. Ich glaube, alles wird gut. Guck mal, wie schnell ich den Mist rauspicke. Ich mach das super turbo schnell. Ich kann meine Nase gar nicht mehr spüren. Findet Ihre Schwachpunkte. Das war ein Erdnussbutter-Sandwich. Vertragen Sie Erdnuss etwa nicht? Ui, ui, sieh dir das an. Am besten kleine Piekser. Kleine Piekser. Mein Boss, den wir umbringen wollen, ist kurz davor abzunippeln und du rettest ihm das Leben? Klingt richtig dämlich, wenn man es so sagt. Ich habe deinen Boss beobachtet. Sie ist wirklich verdammt scharf. Ich will mir nicht, wie scharf sie ist. Sie hat sich einen kleinen Snack gemacht. Einen Eis am Stiel, eine Banane und zum Schluss ein Würstchen. Was ist denn das für eine Reihenfolge? Das ist keine vernünftige Mahlzeit. Erst kalt, dann heißen. Ich kann sie jederzeit fertig machen. Warum waren Sie in der 30er-Zone mit 61 unterwegs? Ich bin Drexler-Rennen gefahren. Mit einem Prius. Ich gewinn nicht oft. Ich bin jeher pre-Scate. Ich bin ich liebe muitas. Sie sind immer wieder beeinflooking. Ich habe aufgeregtet euch, Sie sind immer wieder interessant. Ich habe geriat Bröker zur Arbeit. Ich bin ihr T governor. Untertitelung des ZDF, 2020